Jetzt lass ich dich holen Mutamba, ich hab dir gesagt, du sollst eine Armee aufbauen, das war es für dich. Roten Bordsteinen, an engen, unübersichtlichen Straßenstellen, im Bereich scharfer Kurven, wenn ihr auf dem Gehweg parkt, also mit allen Reifen auf dem Gehweg, auf dem grünen Streifen, auf öffentlichen Flächen aus... Die Dame von der Fahrstuhl, ich darf Sie ganz kurz unterbrechen. Ja, einen schönen Abend. Guten Abend. Ich muss Ihre gesamte Veranstaltung einmal ganz kurz unterbrechen. Es tut mir leid, aber es wird hoffentlich nicht lange dauern und Sie können bald ganz normal weitermachen. Okay, was verschafft uns die Ehre? Äh, das erkläre ich Ihnen gerne. Mhm. Allein mal Tablets aus der Hand. Wenn einer ein Handy oder ein Tablet in die Hand nimmt, wird er mit sofortiger Wirkung erschossen. Sie brauchen die Arme nicht hochnehmen, es reicht, wenn Sie Ihre Hände unten haben. Nehmen Sie ein Handy in die Hand oder ein Tablet und irgendeiner kriegt das mit, werden Sie sofort erschossen. So, wer ist der Typ, den wir suchen? Damon Donovan. Damon Donovan. Wer von Ihnen ist das? Sie sind Damon Donovan. Herr Donovan. Können Sie sprechen? Ja. Interessiert nichts. Herr Donovan, wir sind hier aufgrund Ihrer Beziehung zu einer Frau Frost. Kennen Sie eine Dame, die so heißt? Kennen ja, Kontakt haben nein. Keinen Kontakt? Nein. Dann könntest du mir erzählen, warum es rumgeht im Start, dass Sie Ihre Hände nicht ganz bei sich lassen können, wenn Sie mit Frau Frost nebeneinander stehen. Dass Sie hier gerne in Gesprächen über den Arm streicheln, dass Sie grundsätzlich ziemlich anzüglich der Dame gegenüber werden, obwohl die Dame das nicht möchte. Wann denn bitte? Wann denn bitte? Gestern? Vorgestern? Keine Ahnung, ich weiß nicht genau den Tag. Bei dem Gespräch gestern Abend und beim Gespräch vorgestern. Danke, Macy. Gestern und vorgestern und kein Kontakt? Was ist das denn? Sie erzählen mir gerade, dass Sie gar keinen Kontakt zu der Dame haben. Und jetzt höre ich, dass Sie gestern und vorgestern mit der Dame gesprungen haben. Wann das nochmal war, war... Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Hatten Sie Ihre Finger da bei sich? Oder waren die Finger am Arm der Dame und Sie haben die angetatscht? Was mit Anrufen gestern Abend? Ja, das war nur kurz. Ah, jetzt... Also das ist zweimal ganz kurz. Angerufen haben Sie die auch, Herr Donovan? Das war nur angerufen, ja. Angerufen. Sie haben mir aber gerade eben noch erzählt, dass Sie gar keinen Kontakt mit der Dame haben. Ja, weil ich gestern Abend erst angerufen habe. Ist Anrufen kein Kontakt? Und das ist kein Kontakt? Sie hat am Samstag ein Auto von ihr bekommen. Ein Auto von ihr bekommen haben Sie auch noch. Und Sie haben keinen Kontakt zu der Dame? Nicht viel, nein. Ich habe gestern Abend nur angerufen. Und sonst habe ich keinen Kontakt. Worum ging es in dem Gespräch? Ich konnte nicht viel bequatschen, weil die in dem Gespräch war. Und was wollten Sie bequatschen? Ich wollte sie irgendwas fragen, aber ich weiß es nicht mehr. Weil sie so schnell weg war. Sie meinte, die hatte was zu tun. Herr Donovan, ich habe mehrere stetigte Aussagen, dass Sie Ihre Hände nicht bei sich lassen können, obwohl mehrere Damen Ihnen bereits sagen, dass Sie Ihre Hände bei sich lassen sollen. Eine, ich glaube, Kollegin von der Frau Frost berichtete mir, dass sie sie bereits darauf angesprochen hat, Ihre Hände bei sich zu lassen. Wer soll das gewesen sein? Das würde mich selbst interessieren. Davon weiß ich nichts. Ich verspreche Ihnen was, Herr Donovan. Kommt mir so etwas nochmal zu Ohren, wird der Abend anders ausgehen wie heute. Und heute wird schon nicht so ganz angenehm für Sie. Beim nächsten Mal werde ich Sie verbuddeln. Kriege ich mit, dass Sie eine Frau angerapschen? Lernen Sie mich kennen. Haben Sie mich verstanden? Ich würde es ja verstehen, wenn ich so etwas tun würde, ja. Entschuldigen Sie, dass ich Ihre Fahrstuhlveranstaltung unterbrechen musste. Aber ich habe relativ wenig Mitleid für Leute, die Frauen belästigen. Und relativ wenig Verständnis dafür. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. An alle anderen. Ihr werdet jetzt einmal meinen Leuten eure Ausweise zeigen. Ich nehme an, das verlässt diesen Raum nicht. Richtig? Verstanden. Verstanden. So, na, es verdient. Und sollte irgendjemand von euch auf die Idee kommen, Frauen anzugrapschen, die Nein sagen und das nicht wollen, dann komme ich auch zu euch. Die Nummer brauche ich nicht erklären. Das ist etwas, wo ich relativ wenig Spaß bei verstehe. Was für ein Mord. Der wird doch überlebt haben, vielleicht. Versuchter Mord. Warum ist es ja Versuchter? Ja, nee. Ich muss trotzdem drei Tage sein. Und wenn wir da packen. Ist das halt so. Er kommt ran. Schlimmeres. Keine Angst, ihr packt euch gerne einen Arm. Also lernt man im Knast vielleicht die richtigen Leute kennen. Ja, aber man stellt sich nicht einfach in den Kreis. Frost und wie war der Name von der anderen? Ah, Dixon. Oh, Dixon. Haar-Penis. Was? Das ist gar nicht so. Oh, nein. Wissen Sie, dass das ausgerechnet ist, Sie sind der Erste, der das macht. Warum hast du nichts an, Raffi? Was, ich bin der Erste, der das macht? Ja. Ehrlich? Ja. Ich hatte eine in meinen Reihen, die heißt Pines. Das ist gar nicht so, dass, also, das, äh, naja. Warte mal. Warte mal. Raffi. Guck mal, Raffi, ich hab da hier. Warte mal. Augenblick, ganz kurz. Frau Dixon. Ja, ja. Warte mal. Ja, ja, Raffi. Das ist Raffi, ja. Riecht nach Raffi? Hier, ich heb die Achsen für dich. Oha. Raffi, wie geht's? Ja, gut. Lange nicht gesehen. Äh, äh, gut. Äh, ganz kurz. Frau, 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 die sind weggerammt. Ja. Alles an. Danke, Herr. Ach, grüß dich. Entschuldigen Sie, mein Peniswitz ist wirklich drin. Also, da kommt da manchmal so das 15-Jährige in mir durch, ne? Das ist so, also. Ich find's halt witzig, dass Sie damals in der Werkstatt nichts darüber gesagt haben, aber es ist in Ordnung. In der Werkstatt? Ja, Sie waren bei Cross-Street Customs, da war ich angestellt. Da sind wir uns auch schon gegenüber gestanden. Aber es ist lange, lange her. Da hab ich's mir vielleicht gedacht und hab's nicht. Wahrscheinlich. Also, ich mein, ne. Heute war der Moment, sagst du? Ja, ja, also. Heute musste es raus. Heute musste raus. Ich bin fast 40 und lach immer noch über Peniswitze. Okay. Jung geblieben. Richtig. Richtig. So, folgendes. Ganz kurz. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie mir Scheiße erzählt haben. Ich sag's Ihnen beiden trotzdem einmal. Ja. Denn der junge Mann, der Sie ganz gerne begrapscht, hat gerade gemerkt, dass wir ein Problem damit haben, wenn Ladies begrapscht werden. Allerdings hab ich für diese Nummer sehr viel riskiert gerade. Ich hab den vor versammelter Mannschaft vor 20 Leuten gerade erschossen. Was? Ja. Uh. Ups. Angeblich. 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 Also, böse Zungen behaupten, dass ich das gemacht hätte. Ja, also, vor Gericht würde ich das jetzt so nicht sagen. Wir hätten doch keinen Grund dazu. Nee. Das heißt, sollte ich rausfinden, irgendwann, dass Ihnen das irgendwie zugetragen worden ist, dass wir als SPLS grundsätzlich ein Problem mit solchen Leuten haben, die gerne Ladies angrapschen und Sie sollten das einfach nur als Waffe benutzt haben, indem Sie uns irgendwie zukommen lassen, dass das passiert, um jemanden wegzumachen, obwohl das gar nicht passiert ist, dann muss ich Sie verbuddeln. Ich weiß nicht, worüber wir sprechen, um ehrlich zu sein. Sind wir uns heute schon mal begegnet? Mhm. Nur, um dem einmal ganz kurz Ausdruck zu verleihen. Ja, ja. Sollte sich herausstellen, dass ich gerade grundlos vor 20 Leuten einen Mensch erschossen habe, dann werde ich Sie beide eintopfen. Mhm. Wissen Sie, was das ist? Nee, ja. Sie schon? Weiß ich nicht. Gut. Sollte ich es wissen? Erkläre ich Ihnen. Ich nehme einen super großen Blumentopf. Mhm. Da stelle ich Sie rein. Mhm. Da geht Ihnen ungefähr bis zur Hüfte. Dann kippe ich Beton rein und dann stelle ich Sie auf einen Highway. Höhe, Höhe, Höhe ist Handy. Mhm. Und dann lasse ich vier Leute mit Ferraris ein Rennen nach Palito fahren. Da habe ich kein Interesse dran. Perfekt, dachte ich mir. Ich gehe auch nicht davon aus, dass Sie mir Scheiße erzählt haben. Ich wollte Sie nur einmal über die möglichen Konsequenzen in Kenntnis setzen. Mhm. Der Typ würde Ihnen auf jeden Fall nicht mehr zu nahe kommen. Der hat mir übrigens erzählt, dass er keinen Kontakt zu Ihnen hatte. Gar nicht. Klar. Dann haben wir ihn damit konfrontiert mit zahlreichen Gesprächen und sogar Anrufen. Und er sagte, ja, das wäre ja kein Kontakt. Das war ja nur der Anruf. Aha. Mhm. Komischer Vogel tatsächlich, den Sie da auf sich gezogen haben. Wie haben Sie den kennengelernt? Wir haben jemandem einen Gefallen getan. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, beim Galaxy gab es vor kurzem eine Party. Er ist ganz alleine herumgesessen und wir wurden gebeten, ob wir vielleicht nett zu ihm sein könnten, weil er doch sehr hilflos wirkte. Mhm. Dadurch, dass wir als Caterer anwesend waren, haben wir ihn angesprochen, waren nett zu ihm und ja, so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Ich fasse auch immer Frauen an, die nett zu mir sind. Wahnsinn. Okay. Wenn der jetzt weitermachen sollte, dann sagen Sie uns bitte Bescheid. Mach ich. Mach mal. Dann wird er eingetopft. Nun. Eine hübsche Topfpflanze ist es nicht, wenn ich es mal verlauten lassen darf. Ich habe jetzt auch tatsächlich nach dem, was passiert ist, einen anderen Typen erwartet. Ebenso. Das ist das Traurige an der ganzen Geschichte. Also, der wirkt ja jetzt eher so ein bisschen introvertiert eigentlich. Eigentlich. Eigentlich, ja. Ja. Bis man nett zu ihm ist. Gut. Ich frage nur noch mal ganz kurz fürs Protokoll. Sie schwören mir beide, dass er sich angetatscht hat. Ja. Okay. Gut. Dann wäre es das von unserer Seite. Wenn, wie gesagt, noch mal sowas ist, melden Sie sich einfach. Schönen Tag zusammen. Dankeschön. Danke. Gleichfalls. Einfach melden. Mach ich. Machen wir. Danke. Super. Tschüss. Schönen Abendmach. Tschüss. Alle Wege führen irgendwie heute hier hin. Ich weiß auch, wo du heute. Hallo, Raffi. Hallo. Hallo, Raffi. Du kannst nicht schnell wieder Taschengeld. Hallo, Raffi. Ich habe nur 31 Dollar gekriegt von dem Geizkram. Ja, komm mal bitte schnell zurück. 31? Ja. Von Valeska? Das ist irgendwie eine Geschichte von gestern, wo ich nicht dabei war. Ich habe Leo 10.000 gegeben. Ey, Pirat. Das macht dein Holzbein. Arsch. Ich weiß nur, dass irgendein Typ die beiden Mädels anruft und belästigt. Ja, also wir haben halt einfach davon mitgekriegt, dass die belästigt werden und ich habe eben gerade erst davon mitbekommen, am Ende, als die Nummer dann schon gelaufen ist, dass ihr da irgendwie mit drin hängt oder dass die Mädels irgendwie bei euch mit drin hängen oder bei euch chillen oder so. Aber dieser Conti geht doch auch irgendwie von den beiden auf den Sack. Ja, auch Hazel, glaube ich. Der geht Hazel auf den Sack. Was mir jetzt halt einfach nur wichtig gewesen ist, also ich habe jetzt ziemlich viel auf mich genommen eben gerade und habe von einer ziemlich großversammelten Mannschaft diesen Typ erschossen. Mir ist halt einfach nur wichtig, dass es, also seid ihr sicher, dass die keine Scheiße erzählen, die beiden Ladies? Nein, selbst nicht. Also für die beiden nicht. Also nein, ihr seid euch nicht sicher, oder? Nein, ihr seid keine Scheiße. Okay, okay. Weil das ist natürlich für uns am Ende gefährlich, wenn wir irgendwo reinlaufen und einfach in den Typ erschießen und am Ende haben die sich das einfach ausgedacht, weil die keinen Bock auf den hatten oder so. Nein, nein, nein. Also gerade auch bei Alexis sowieso, die ist auch mit einem von uns zusammen, also die erzählt definitiv keine Scheiße. Und beide sind jetzt auch nicht so zartbeseitig. Welche, die Frost ist mit einem von euch zusammen? Oder die andere? Nee, das ist Hazel. Nee, Alexis. Die andere mit dem blauen Haar. Die ist mit David von uns zusammen. Okay. Genau. Und die beiden sind jetzt auch nicht sehr zartbeseitet. Also die verstehen auch meinen Spaß und sonst was, aber wenn es halt irgendwann wirklich zu viel ist, dann ist es zu viel. Ich hoffe, die versteht den Spaß, weil ich habe nämlich eben gerade einen Penis-Joke gemacht, weil die eine Dicksen mit Nachnamen heißt. Das ist mein Lieblings. Ehrlich. Und ja, die versteht den Spaß. Okay. Gut. Also für uns wäre jetzt halt einfach nur nochmal wichtig, euch einmal kurz ins Boot zu holen, weil ihr da mal drin hängt und einmal die Rückversicherung zu kriegen, dass das so tatsächlich Hand und Fuß hat, dass ich dem gerade ins Gesicht geschossen habe. Ja, du. Also. Nee, das war schon so okay. Tragisch würde ich noch mal sagen für den. Nichts anderes hätte ich mir auch gemacht. Ja, wir hatten ja auch schon mal das eine oder andere Tänzchen mit dem Konjugendierten aus dem Sack. Ja, weil das andere mit dem anderen Typ eben gerade, das war halt ziemlich konkret. Und das war halt... Naja, absolut. Ich schwöre, ich hatte einen Grund. Ich schwöre, ich habe einen Grund, den zu erschießen. Jetzt lasse ich dich holen, Mutamba. Ich habe dir, ich habe dir gesagt, du sollst eine Armee aufbauen. Das war es für dich. Herr Batas, können wir da nochmal drüber reden, vielleicht? Können wir da nochmal bitte drüber reden? Das muss doch nicht sein. Das ist ein schlechter Mensch. Ich habe... Ach, das muss doch echt nicht sein. Warum sagen das hier gerade alle Kürte? Suche mich an, ihr ist nicht dran schuld. Wo ist deine Armee, was an? Ja, hier. Ja. Die bauen sich da auf. Was, wo? Da vorne, in der Heli-Havard. 100 Meter vor uns. Was ist denn da? Oh, Tatsache. Aber was ist da vorne? Hat das Ding ein Riesen-MG auf dem Kopf? Ja, ich habe schon mal gesehen, wie da mit einer... Also das neugierige Kind-Une sagt, lass einfach mehr herangehen. Nein, lass das nicht machen. Der vernünftige Mensch, der mir sagt, lass uns ganz weit weg gehen. Ich will dann lieber in... Wo sind wir da sein jetzt hin? Ich habe mal gesehen, wie einer von diesem MG in den Dingen zu Klump geschossen wurde. Guck mal, da ist jemand reugierig genug. Oh, ne, doch nicht. Und... Und doch lieber in die andere Richtung. Ja, das ist kalt. Oh, ähm... Ich spreche, ich habe kurz Angst. Die waren kurz in der Nähe von mir und haben kurz langsamer gefahren. Ja, und dann war, glaube ich, jemand weggefallen. Ich bin gerade hier vorbeigefahren und... Sag mal, mit schießen. Was, ja? Ähm... Hat der Heli gerade geschossen? Ja, der hat er. Ich will mich auch umdrehen. Ich möchte so einen haben. Ich möchte auch so einen. Ich will auch so einen Heli. Oh, wäre der geil eben an der Fahrschule gewesen. Ja, aber das... Also, ich glaube, dann ist es dann... Nee. Wär mal... Dafür habe ich mir jetzt den Regenschirm geholt. Du bist jetzt nicht losgerannt, um den Regenschirm zu holen. Vorhin doch. Und dann wurde ich fast von denen überfahren und angehoben. Jetzt bist du gesagt, ich hätte einen gegeben. Gut, aber ich glaube, wir sind hier fertig, oder? Dann können wir wieder zum Maze-Wing-Dauer. Bei Leska, ich war männlich und habe meinem Mann gestanden, okay? Beim nächsten Mal ein bisschen Raumwasser. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.